Und das sehen Sie am Mittwoch im Marktplatz Neumarkt. Ich und kein Holz, statt ich und mein Holz. Wie sich die Materialknappheit auf Bauprojekte im Landkreis auswirkt. Außerdem, lasst die Bälle fliegen. Beim ASV Neumarkt gab es das erste Punktespiel des Jahres. Und ein echter Klassiker. Jörg Heiler zeigt uns, wie man French Dressing selber macht. Das und mehr am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns.